Die Chefsache Business Lounge aus Lindau mit dem Thema Disruption trotz Papier. Digitale Geschäftsmodelle revolutionieren den Verlag. Das sind die Gäste bei Rolf Benzmann, Hans-Joachim Jauch, Geschäftsführer der Calvendo GmbH, einem Anbieter für individuelle Kalender, sowie Karl-Christian Bay, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt sowie Gründer der Bay GmbH. Die Chefsache Business Lounge mit Rolf Benzmann am Samstag, 27. Mai um 22.30 Uhr bei Regio TV. Untertitelung des ZDF, 2020